Coffee days and whiskey nights. Beginnt ihr dann den Step oder Stump von rechts. Eins, da kommt Hacke, Spitze, Tipp. Stump, Hacke, Spitze, Tipp. Ja, ich zähle da kannst du mal sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich habe ihn auch schon tanzen sehen als Stump, Hacke, Spitze, Hacke, Stump, Hacke, Spitze, Hacke. Ich denke, da ist es euch überlassen, was euch besser gefällt. Solange alle immer noch gleich rauskommen, gibt es ja immer bei vielen Tanzbeschreibungen ganz viele Variationen. Ich würde beide nochmal zeigen, sieben, ab. Stump, Hacke, Spitze, Tipp, Stump, Hacke, Spitze, Tipp. Oder die andere, wie mir persönlich auch besser gefällt, Stump, Hacke, Spitze, Hacke, Stump, Hacke, Spitze, Hacke. Wichtig ist, dass ihr am Schluss, jetzt muss ich gerade gucken, das Gewicht um den linken Fuß habt, weil wir jetzt viermal schräg zurückgehen mit dem Tipp und dem Klatschen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Die andere Version, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wir machen jetzt ein Great Line, den Viertel Turn und Step, Viertel Cross. Sieben, acht. Great Line, vierten, hold. Step, Viertel Cross, hold. Noch mal, die zwei links, rechts ist getippt. Sieben, acht. Great Line, Viertel, Step, Viertel Cross. Okay. Ich würde die nächsten Schritte schon dranhauen, weil es kommt nämlich nur noch eine Rumba Box, rechte zurück und dann ist er auch schon fertig. Sieben, acht. Seit, ran, rück. Seit, ran, vor. Kleine Mache, nicht schon linken Fuß und keine rechts. Jetzt, wieder den Kopf ab. Okay. Wir machen trotzdem nochmal ab in Great Line. Sieben, acht. Great Line, Viertel, Step, Viertel Cross. Halbe Rumba und Rumba fertig. Und dann fliegt er wieder an. Okay. Wir machen einfach ab. Sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 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 sieben, acht. Noch mal die andere Version 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Okay, dann probieren wir die zweite Ich hoffe, ihr habt euch jetzt mittlerweile für eine Version entschieden Ich würde mich für die zweite entscheiden Wenn ihr die erste machen wollt, dann macht ihr bitte die erste 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4 mal rück 1, 2, 3, 4, Grape ein Viertel Step, Viertel, Cross und Rumba Seit, Rand, Rück, Seit, Rand und Anfang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Grape ein Viertel Step, Viertel, Cross Rumba, Box und Anfang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schon fertig, keine Brücke und keine Wistert Ich mache jetzt mal Musik 7, 8, 8, 9, 10 und 14-5, 8, 9, 10 1, 10, 11, 1 Allí